Als traditionelles Immobilienbüro steht Casa Immobiliendienstleistungs GmbH seit über 20 Jahren für Kompetenz, Fairness und Erfahrung in der Region Hagen und Umgebung und genießt als eines der führenden Maklerunternehmen ein hohes Ansehen. Wünschen Sie eine professionelle Begleitung und Beratung rund um das Thema Wohnen und Arbeiten? Sie möchten etwas kaufen, verkaufen, mieten oder vermieten? Casa hält für Sie ein umfangreiches Angebot von Häusern und Gewerberäumen bereit. Casa Immobilien ist Ihr vertrauensvoller Partner vom Verkäufer-Erstkontakt bis zur Schlüsselübergabe an den neuen Eigentümer. Die hauseigenen Werbemittel werden hierbei so zielgerecht in Szene gesetzt und unterstützend für Käufer und Verkäufer platziert. Ob Werbebanner, Fensterschilder, Verkaufsgalgen, Direktmarketing oder im Hausmagazin der Casa garantieren wir Ihnen dabei eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit. Durch die Mitgliedschaft im Immobilienverband IVD und der westdeutschen Immobilienbörse WIB24 nutzt Casa ein großes Netzwerk kompetenter Makler. Gemäß dem Slogan Einen kennen, von allen profitieren. Professionelle Durchführung einer Besichtigung, erstklassige Exposé-Magazinerstellung, professionelle Werbeschilder, Direktmarketing-Aktionen. Durch einen DEKRA-zertifizierten Gutachter für Immobilien lassen wir eine Wertermittlung durchführen, die als Grundlage für eine professionelle Kaufpreisermittlung dient und den Verkäufer und Käufer eine Preissicherheit gibt. Nach der Auftragserteilung erstellen wir ein maßgeschneidertes Verkaufs- oder Vermietungskonzept und übernehmen alle Dienstleistungen bis zum Verkauf bzw. Vermietung der Immobilie. Einsatz der Werbemittel, Besichtigungen und Terminplanung. Auf Wunsch erstellen wir durch unser Finanzierungsbüro im Haus ein seriöses und klar verständliches Finanzierungsangebot. Natürlich maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Käufer. Ob Besichtigungstermine, individuelle Beratung oder Fragen auch im Rahmen der Abwicklung mit Handwerkern, einer Finanzierung bis zum erfolgreichen Abschluss des Miet- oder Kaufvertrages beim Notar oder Vermieter begleitet Sie das CASA-Team durchgängig. Hilfreiche Unterstützung durch Kooperationen mit Umzugsunternehmen, Handwerkern, Finanzieren sowie Begleitung bei der Kaufvertragsabwicklung und der Objektübergabe. In unseren Büroräumen in der Bannstallstraße 2 in Hagen-Lennetal erwartet Sie ein Team von ausgesuchten Fachleuten für Immobilien, Finanzen und Investment. Informationen hierzu erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.casa-immobilien.com. CASA erfüllt mit nachweislich exzellenter Kundenbewertung und Top-Platzierung als vertrauensvoller Immobilienpartner Ihre Wohnträume. www.casa-immobilienpartner.com